Prozent und natürlich sehr gut das hat jetzt nun müssen ausprobieren wie viel Schaden das macht Prozent wie kann ich noch zum besten testen weil sie nicht ich bin jetzt einfach mal mit so dann habe ich die Tiefrüstung habe ich jetzt hier reingepackt den ich wollte jetzt nicht unbedingt anziehen weil ich habe jetzt auch noch ein um einem einigermaßen gute die Errüstung zu mal gucken da bin ich noch ein Tiefhut natürlich hier und die Mann mit der Hälfte nicht mehr ich bin nämlich den hier noch nicht und was wird es machen Führer gute Frage nachherrschen wir wollten noch zu dem Schiff Stimmt ja Stimmt ja ich erinnere mich was ist denn das da okay ah das sind zwei Türme das weiß ich bloß nicht äh so Alter hör auf zu lecken wir müssen jetzt da einmal rüber okay wir müssen jetzt da einmal rüber ich bin dabei ich bin kein Unendlichkeiten doch Unendlichkeiten ja ja gut Pfeile so das habe ich dabei das habe ich dabei das ist wirklich einfach mal Fakten M M und nicht Fakt 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 M M würde ich sagen machen wir uns auf zu tun können also warten ich werde noch kurz bis ich schlafen kann ah jetzt so m es ist wieder Tag so so um zu machen und wir müssen in diese Richtung quetschen wir uns hier mal durch ich bin richtig okay gut gehen wir mal in diese Richtung hier mit dem und diese schön mit das mit bei ihm die jetzt die man meinen und sein Spon ausprobieren Juhu Wie Nix Was hab ich denn alles dabei? Okay, gut So, jetzt Wie viel Schaden macht das? 22 So, und wie viel macht das? Halt stehen bleiben 13 Oha Okay, da ist das natürlich einiges besser 21 19 Alter Und das nur ganz normal Was ist denn das da? Jetzt hab ich Eis mitgenommen Ah So Was ist denn das? Ist das eine Eishöhle? Ah, will ich jetzt nicht hin So, 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 so So, jetzt muss ich da mal hoch Hoch, 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 hoch Gott, was What, was ist denn das hier? Und nein, ich fliege jetzt nicht Denn ich sehe hier ein Hexical Diamond LOL Ne Hexical Essenz, scheiße Fuck, ich hab Dings vergessen Nein Nein Ich hab Ah Mann Bullshit Wie kann ich jetzt nochmal Ne Ne Ich möchte ja einen Punkt machen Ich möchte ja einen Punkt machen Mäh Indus, ah Ah Ja, gut Teleport Hallo So Denn ich hab's wichtigste vergessen Und zwar Sind das die Äh Die Backpacks Das lass ich jetzt einfach auch mal da, weil da mal gesehen, das macht er Einiges mehr an Schaden Einiges Eiskotten, Eis hin Eiskotten, Eis hin Da So Für sich Essen Oh ja, nicht Hab ich genug Äh Nein Nein Das hier ganz genau Eins Zwo Drei Dank das Ich nimm nur eins zu Reserve mit So Einmal Tee Einmal Tee Perfektor So wüsste was ich nun das jetzt mit, auch wenn man das stimmt, keine Ahnung wie viel haben Aber wenn ich dies mit dem Abbau kommen, dann große groß So Ich hab' da gedacht, wenn ich das mit Behutzungkeits Spätzeige erbaut Ähm, dass dann vielleicht die große Blätter rausfallen, nicht diese kleine So Aber das war leider nicht so schade Was ist denn das da? Meine Heroi Ein Haus Einfach so WTF Hexen Hexen Oha Oha Oh, da ist ja oben sich ne Spinne So 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 Ey Du hast irgendwie an den Hühnern mehr Schaden gemacht Äh, das bräuch' 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 da So Piss dich Nein Bitte Guck, einen Scheiß Huht' das macht 22 Scheine Boah, ich Gott Ich mach' das Ich mach' das Das boah' ich 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 Ja Wunderbar Oh, Mama Ich muss ja was essen Nein, was essen So Dann ab nach oben Ganz viel Spiele, ganz viel Spiele Egal, weg Und weg Können wir vielleicht Können wir vielleicht gleich, äh, äh, hier was für die machen Oh shit, was wollt' ich denn machen? Ich wollt' irgendwas verzaubern Das boah' ich kann Von Und Und Dann Wir Ja